Hier ist die Polizeistation Baumhaus. Was kann ich für Sie tun? Hallo, guten Tag. Ich suche meine Katze. Sie ist orange. Sie hört auf den Namen Lucy. Bitte geben Sie mir Bescheid unter der Telefonnummer 74340. Ich denke, sie ist irgendwo im Dschungel auf einem Baum verschwunden. Dankeschön. Ja, in Ordnung. Wir werden sofort mit der Suche beginnen. Super, vielen Dank. Ja, gern geschehen. Ich werde mich sofort auf die Suche machen. Sie kann ja nur auf irgendeinem Baum sein, wo sie nicht wiederkommen kann. So, ich bin startbereit. Gleich kann es losgehen. Ich fahre mit meinem schnellen Motorrad und suche nach der Katze. So, vielleicht ist sie ja hier irgendwo. Ich muss mich umschauen. Aha, ich glaube, ich höre was. Ja, ich kann sie sehen. Da hinten im Baum ist sie. Ich rette dich. Ich komme zu dir. Kleinen Moment. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ich bin eingebrochen auf dieser Brücke. Was mache ich denn jetzt? Ich als Polizist. Ich muss mich doch selber retten können. Ich versuche es. Puh, das ist noch mal gut gegangen. Aber ich bin ja hier, weil ich die Katze retten muss. Jetzt aber los. Verdammt. So einfach komme ich gar nicht ran. Jetzt muss ich auf den Baum klettern. Hm, ich bin gar nicht schwindelfrei. Aber ich versuche es trotzdem. Super, ich habe es geschafft. Deine Besitzerin wird sich bestimmt freuen. So, jetzt bringe ich dich aber ganz schnell nach Hause. Vorsichtig, Lucy. Hier bin ich von eingekracht. Da müssen wir jetzt rüber. Dann haben wir es geschafft. Versuch, rüber zu springen, ja? Okay. Du hast es geschafft. Und jetzt hoffentlich ich. Das ist ganz schön schwierig, glaube ich. Aber ich bin doch Polizist. Ab nach Hause. Wir rufen Frauchen noch an. Und dann bist du wieder in den Händen von Frauchen. Hallo, hier spricht die Polizei. Ist da die Petra? Ja, hallo. Gibt es gute Nachrichten? Ja, ganz gute Nachrichten. Wir haben die Katze gefunden. Ach, super. Sie können sie abholen, hier am Baumhaus. Ja, ich komme sofort. Super, toll. Tschüss. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.